Wer in Klosterreichenbach an einem heißen Sommertag den richtigen Besuchstag erwischt, der wird ihn kennenlernen. Der weiße Hai ist in Klosterreichenbach im Freibad allgegenwärtig. Eine Attraktion für Kinder und für Erwachsene. Er macht Spaß und ist völlig ungefährlich. Man kann mit ihm spielen, auf ihm reiten und alles mögliche machen, sodass der Wassersport hier in Klosterreichenbach um eine Attraktion reicher ist. Nicht nur gerade ausschwimmen und tauchen, sondern mit einem richtigen weißen Hai kämpfen. Das macht Spaß und war eine super Idee der Gemeinde Klosterreichenbach im Schwarzwald. Viel Spaß hat man hier und hat natürlich auch seinen Erholungswert. Mit dem weißen Hai, der hier ungefährlich die Badegäste begleitet und erfreut.